Hallo, wie schön, dass du da bist und wer weiß, vielleicht glaubst du ja auch nicht an Zufälle, sondern du verstehst, dass es jetzt endlich fällig ist für dich und zwar fällig, dass du den Weg in deine finanzielle Freiheit findest, dass du innerlich frei wirst, dass du glücklicher, erfüllter, reicher und ein Leben mit absoluter Lebensfreude leben kannst. Ich möchte in diesem Video den Weg dorthin etwas näher bringen, was du dafür machen kannst, welche strategischen Ausrichtungen du dafür brauchst und auch welche energetischen Tools du es dafür benötigst und wie es funktionieren kann, dass du einfach über Nacht auf dein Handy schaust, guckst morgens was auf und plötzlich hast du 1000 Euro verdient, 500 Euro verdient, 2000 Euro verdient oder neue Kundenanfragen. Genau das erfährst du jetzt in diesem Video, deswegen lass es nicht einfach irgendein Video sein, das du dir mal so nebenbei anschaust, sondern dieses Video könnte jetzt wirklich dein Leben radikal verändern, wenn du eine Wahl für dich triffst und wenn du es zulässt. Deswegen hör gut zu bis zum Schluss, da sind sehr, sehr wichtige Informationen für dich drin. Ich stelle mich erstmal ganz kurz vor, wer bin ich überhaupt, dass du das so ein bisschen einordnen kannst. Mein Name ist Nadine Kretz, aber die meisten kennen mich unter Frau in Rot. Ich habe 2017 mein erstes Bestsellerbuch herausgebracht, 100 Miese Dates und die Suche nach der Liebe. Ja, das war so mein Herzprojekt, weil ich wissen wollte, wie funktioniert das alles mit diesen Beziehungen und habe es dann tatsächlich geschafft, sehr, sehr viele Medienauftritte zu bekommen mit diesem Buch und habe es so dann auch sehr stark vermarktet. Mittlerweile habe ich über 10 Bücher schon veröffentlicht in 7 Jahren und seit 7 Jahren mache ich auch Online-Business. Ich bin Analytikerin und Seherin Medium, das heißt, ich verbinde zwei Welten miteinander. Eine starke Kopf-Strategische Ausrichtung mit einer sehr starken energetischen Ausrichtung. Ich habe die Fähigkeit, Menschen als wahrscheinlich einzigste, fünfte Dimension Reiseleiterin der Welt oder auf jeden Fall Deutschlands. Ich kenne sonst niemanden weiter. Ich kann dich in eine fünfte Dimension begleiten. In deine fünfte Dimension, das ist die Reise durch dein eigenes Unterbewusstsein. Warum ist das so cool? Weil es tiefsitzende Blockaden löst. Aber ich komme später nochmal darauf zurück. Auf der anderen Seite, wenn du finanziell frei werden willst, wenn du dir Dinge ermöglichen willst, gab es jetzt zu dieser Zeit noch nie so eine gute und günstige Gelegenheit wie jetzt. Daher warte auch nicht länger. Und eins musst du wissen, es gibt eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne von den meisten Menschen. Daher hör gut zu, schreib dir sonst die Information mit oder du kannst auch im Nachhinein mir einfach nochmal Fragen stellen. Also, kommen wir direkt zur Sache. Du möchtest ein Online-Business, du möchtest Geld verdienen. Dann brauchst du, am einfachsten Weg ist, ein Online-Business zu erschaffen. Entweder bist du in der Situation gerade, dass du noch gar keine Idee hast, du willst eine Berufung finden oder du willst einfach jetzt erstmal nur Geld verdienen mit einem Online-Business. Dann bist du hier genau richtig. Auf der anderen Seite bist du vielleicht in einem Network oder du hast deine Berufung schon gefunden und möchtest damit Kunden gewinnen. Du möchtest damit wirklich eben auch mehr Geld verdienen. Und mehr Menschen helfen. Dann bist du hier auch richtig. Und für diese beiden Dinge habe ich jetzt heute eine Lösung für dich. Denn als erstes, ich bin immer sehr skeptisch. In den sieben Jahren habe ich insgesamt, glaube ich, über 30, 40 Ausbildungen gemacht und über 1000 Menschen schon begleitet, innere Freiheit zu bekommen und auch mit ihrem Herz-Business erste 5-stellige Umsätze zu generieren. Und daher, da ich immer sehr skeptisch bin und auf der anderen Seite, ich beobachte den Markt immer sehr, sehr genau und jetzt gibt es ein neues Produkt auf dem Markt, kommt aus den USA. Vielleicht hast du schon davon gehört, es nennt sich UBC. Und dieses Produkt, das ist ein reiner Online-Kurs, den erwirbst du einmalig für 499 Euro. Oder es gibt auch ein Konkurrenzprodukt, das aber ebenfalls so funktioniert. Das ist der DSM. 497 Euro. Einmal erworben und dann hast du den Kurs für immer. Was ist so cool an diesem Kurs? Also, wie gesagt, ich war skeptisch und habe es dann aber ausgetestet und ausprobiert. Ich habe den gekauft, also ich brauchte diesen Kurs nicht, aber ich habe ihn gekauft, weil ich wissen wollte, taugt er was? Das ist jetzt gerade der neueste Trend. Kann ich das weiterempfehlen oder kann ich das nicht weiterempfehlen? Ist es seriös oder ist es nicht seriös? Ja, und deswegen habe ich den gekauft, um es für dich zu überprüfen. Ich habe festgestellt, der UBC-Kurs und der DSM-Kurs unterscheiden sich insofern, dass der DSM-Kurs besonders auch für die Menschen geeignet ist, die eben auch zusätzlich etwas Eigenes, sprich Coaching-Business, Network-Business, die etwas Eigenes und eigene Produkte verkaufen wollen, was der UBC so nicht bietet. Ja, und der DSM hat viel, viel mehr Inhalte. Du bekommst mehr für dein Geld. Und außerdem habe ich auch schon gehört, dass die Deutschübersetzungen nicht so richtig gut in dem UBC sind. Also, wenn du diese zwei Produkte hast, würde ich dir auf jeden Fall den DSM empfehlen. Und dieser Kurs hilft dir dabei, dein Online-Business Schritt für Schritt in Social Media rauszubringen. Es erklärt dir, wie du ein Reel aufbaust, wie du ein Video aufbaust, wie du Storytelling machst, wie du später vielleicht sogar ein Newsletter schreibst. Also, wie du deine Zielgruppe wirklich erreichst, damit du auch gefunden wirst, damit deine Reichweite sich erhöht und damit sie überhaupt Interesse an deinem Produkt haben. Du kannst diesen Kurs auch komplett weiterverkaufen. Das heißt, du investierst einmal 497 Euro und kannst den dann bewerben. Und dann bekommst du 497 abzüglich einer kleinen Provision von 3, 4, 5 Euro, die du für die Verkaufsplattform, wo das ganz automatisch alles passiert. Und so schaffst du es, dass du morgens wach wirst und denkst, cool, da ist etwas verkauft worden. Dazu werden nämlich Automationen auch eingereicht und keine Sorge, es ist alles ganz leicht. Du kannst es Schritt für Schritt nachmachen. Egal, ob du noch kein Business hast und eins gründen möchtest, dann kannst du das damit hervorragend umsetzen und dein Geld machen. Wenn du eine Berufung hast, kannst du dein eigenes Business dir damit mehr Reichweite generieren und mehr Kunden generieren. Also, wenn du generell mit Online-Business Geld und Kunden gewinnen möchtest, ist dieser DSM-Kurs für dich absolut ideal geeignet. Und du hast ihn ja auch für längere Zeit und beim DSM bekommst du sogar auch immer noch Updates. Und das finde ich besonders wichtig, denn wenn sich die Zeiten, die Algorithmen und wenn sich alles verändert, dann macht es total Sinn, wenn du weißt, wie das funktioniert. Und wenn du den über mich beziehst, dann bin ich ja auch noch da, um Fragen zu beantworten für dich und dich auch noch zu unterstützen und dir weiter zu helfen. Das ist der rein strategische Part. Und den brauchst du einfach. Du brauchst strategische Tools. Du musst wissen, wie du das aufbaust. Du musst einfach wissen, Reichweite, Kundengewinnung, Umsatz machen. Wie setze ich das auf? Schritt für Schritt. Du klickst es einfach nach. Du guckst dir die Videos alle an und weißt genau, hey, cool, so mache ich das. Also alles, was du dafür machen solltest, ist, dass du ein bis zwei Stunden am Tag dafür einplanst, eben auch Storys oder auch Videos zu machen. Und die kannst du ja nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Facebook, auf YouTube, TikTok, egal welche Plattform dir beliebt, ja, was so deine Lieblingsplattformen sind, da kannst du das dann überall spielen. Also eine richtig, richtig coole Geschichte. Wenn du mehr 1 zu 1 Betreuung haben möchtest und wenn du sagst, hey, ich habe ein eigenes Business und ich möchte ein eigenes Business, ich hätte auch gern diese Informationen, aber nicht nur in einem Online-Kurs, dann kommst du sechs Monate zu mir ins Business Mentoring und all die Inhalte bekommst du dann eben nicht, dass du dir die Videos selber anschaust, sondern im direkten Austausch, in Workshops, in Fragen mit mir, in 1 zu 1 Calls mit mir. Also all die Inhalte, die du da hast, bekommst du in diesem Kurs ebenfalls. Wenn du sagst, ich möchte mir auch zwischendurch das nochmal ein bisschen anders anschauen, dann nimmst du den einfach zusätzlich. So und jetzt kommt aber noch das kleine Risiko, was es noch beinhaltet. In 7 Jahren Online-Business habe ich eine Sache zu 100% gelernt. Ja, wenn du dich selber blockierst, wenn du Blockaden hast, wenn du denkst, du bist nicht gut genug, wenn du Angst hast, es nicht zu schaffen oder du kaufst dir diesen Kurs oder du hast ihn vielleicht schon auch woanders gekauft und denkst, ich schaffe das einfach nicht, ich komme einfach nicht weiter, dann wirst du definitiv durch deine Blockierungen blockiert, wie das Wort ja auch schon heißt. Das heißt, dafür habe ich aber auch eine Lösung für dich und das ist der Erfolgsmacher. Genau, lustig, jetzt ploppt es gerade sogar oben auf, weil da einer gerade meiner Teilnehmer eine Nachricht reingeschrieben hat. Es ist der Erfolgsmacher, wenn du mehr Gelassenheit möchtest, wenn du mehr Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, wenn du es schwierig empfindest, nicht in die Umsetzung zu kommen, wenn du dich durch deine Familie, durch deinen Partner oder durch deinen Mann eventuell, der sagt, ich weiß nicht, irgendwie ja, mach halt, aber der skeptisch ist, dass du da Unsicherheiten entwickelst, weil am Anfang braucht es etwas Zeit und es braucht etwas Geduld und deswegen empfehle ich wirklich auch immer, dass du jemanden an deiner Seite hast. Denn wer bei mir auch in den Kursen ist, die meine Teilnehmer wissen, dass ich lasse dich einfach nicht hängen. Ich bin für dich da und das ist genau wichtig. Und das ist egal, ob du jetzt in einem Online-Kurs bist oder eben auch in einem 1 zu 1. Wenn du mal zwischendurch Kummer, Sorgen, Nöte hast, bin ich einfach für dich da. Und der Erfolgsmacher hilft dir einfach dabei, diese Sicherheiten zu haben. Und da gibt es, den gibt es in verschiedenen Varianten. Und die Variante 1 ist, dass du dir das auch in einem klassischen Online-Kurs nimmst. Wir gehen sehr stark in die Tiefe. Als Reiseführerin der fünften Dimension arbeite ich sehr viel mit dem Unterbewusstsein. Ich kann dich spüren, ich kann dich wahrnehmen, wo du dich blockierst. Und ich kann gezielt für dich diese Blockierungen lösen. Und in diesem Online-Kurs des Erfolgsmachers hast du schon unfassbar viele Inhalte, die sich genau aus diesen Zweifeln, aus diesen Ängsten, aus diesen Sorgen, die dich da rausholen, damit du mit Selbstsicherheit, mit Freude, mit Spaß dieses Ziel für dich erreichst. Und dass du dann auch diese Selbstsicherheit für dich bekommst und den Glauben an dich selber. Denn wenn du das nicht hast, hilft dir die allerbeste Strategie einfach gar nichts. Dann brauchst du auch den DSM-Kurs überhaupt gar nicht erst kaufen, wenn du sagst, ja irgendwie, ich fühle mich tatsächlich blockiert. Also diese beiden Dinge sind perfekt im Zusammenspiel für dich geeignet. Und natürlich habe ich auch in den 1 zu 1 der Erfolgsmacher gibt es mit 1 zu 1, mit Workshops, mit Lives, dass du direkt nah an mir dran bist, damit du wirklich immer wieder aus deinem Loch rausgezogen wirst, dass ich dich dabei unterstütze und helfe und sagst, hey, schau mal, ich sehe jetzt dein Profil, du hast dies und jenes, da hast du das so und so gemacht und du hast jetzt gerade nicht das Ergebnis, das du dir wünschst, dann schaue ich da drauf und dann kann ich dir sagen, woran es liegt und du kannst es dann sofort ändern und umsetzen. Und das kann dir einfach auch nur jemand sagen, der schon sehr viel Erfahrungen damit hat und der schon sehr viel ausprobiert hat und bei über 30, 40 Ausbildungen in sieben Jahren über 1000 Kunden und auch als, da freue ich mich sehr drüber, fünfmal nominiert worden als herausragendste Expertin, Coach und Speakerin auf dem deutschsprachigen Markt. Zehn Bücher veröffentlicht, freue ich mich einfach sehr darüber, dieses Wissen mit dir zu teilen. Also du brauchst nicht diese ganzen sieben Jahre, diese 40 Ausbildungen, diese zehn Bücher schreiben und all dieses Wissen bekommst du einfach bei mir. Und du bekommst das Wissen portioniert, was du ganz gezielt brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen, um weiter zu kommen. Denn was bringt ja das, wenn du jetzt auch dir 500 Video reinziehst über 40, 50 Stunden und du kommst dann nicht weiter. Und ich weiß einfach, wenn du im Austausch mit mir bist, ganz genau, okay, da hängt es gerade, lass uns da reingehen. Und damit ersparst du dir einfach unheimlich viel Zeit. Und wer hat denn schon so viel Zeit zu verlieren, dass er irgendwie zigtausend Dinge macht zwischen, ne? Du hast ja auch eine Familie oder Kinder oder Freizeit oder möchtest reisen. Du gehst vielleicht noch einem normalen Vollzeitjob nach. Was wir ja hier durch, genau durch dieses Video und deinen nächsten Schritt erreichen wollen. Denn eins ist klar, wo stehst du gerade? Und das, was du dir gerade in deinem Leben erschaffen hast, ist das Ausmaß deiner Gedanken, deiner Gefühle, deiner Taten oder auch eben das, was du nicht getan hast. Und heute kann dann der erste Schritt sein, der erste Tag von deinem neuen Leben sein, wenn du eine Wahl für dich triffst. Wenn du die Wahl für dich triffst, ein neues Leben für dich erschaffen zu wollen. Und dieser Sprung, den kann auch ich dir nicht abnehmen. Dieser Sprung kann dir niemand abnehmen. Den kannst du nur ganz alleine für dich treffen und dann für dich gehen. Und es gab wirklich, es gab noch nie eine beste und gleichzeitig auch eine wichtigere Zeit als die jetzige. Denn die Situationen im Außen verändern sich. Und jetzt hast du die Möglichkeit, deine bisher festgelegte 3D-Matrix mit Geldmangel, mit Sorgen, mit Ängsten, vielleicht auch mit in der Liebe oder mit dem Partner klappt es nicht so richtig. Der Erfolgsmacher holt dich da raus. Warum? Weil ich dir helfe, weil ich dir zeige, wie du dein eigener Erfolgsmacher wirst. Denn das Ziel ist es nicht, mich für alle Zeit an deiner Seite zu haben. Ist zwar auch schön, ja, so. Ja, sind ja auch schon viele Freundschaften daraus entstanden. Also das ist natürlich auch toll. Und diese Gemeinschaft zusammen ist natürlich auch toll. Dennoch ist natürlich das Ziel, dass du in der kürzesten Zeit den effektivsten und schnellsten Nutzen für dich hast, ohne Zeit zu verschwenden, ohne weiteres unnützes Geld zu verschwenden. Ja. Und das ist mir einfach sehr wichtig. Denn unser Tag hat schon nur 24 Stunden. Und daher brauchst du einfach sehr starke, effiziente Geschichten. Und idealerweise auch dann jemand, der einfach mal drauf guckt und sagt, hey, hör mal, mach das so und so und so. Deswegen funktioniert das. Deswegen funktioniert das nicht. Das brauchst du. Und das erspart dir einfach, überleg mal, in sieben Jahren habe ich, glaube ich, 300.000 Euro in mich investiert. Also du ersparst dir damit 300.000 Euro und unfassbar viele Stunden, die du eher für deine Familie, für deine Freunde, für dich, für Reisen, für Glücklichsein verwenden kannst. Also, der DSM und der Erfolgsmacher. Treff deine Wahl. Was ist dein Einstiegsprodukt? Oder du sagst, ich nehme direkt beides. Oder du triffst eine ganz große Wahl für ganz große Veränderungen und sagst, hey Nadine, ich komme ins Business Mentoring, ich komme in den Erfolgsmacher Original. Ich will die 1 zu 1 mit dir, die sehr stark begrenzt sind, weil auch meine Zeit ist natürlich begrenzt. Da gibt es dann wirklich, das ist schon VIP-Status, wenn du Original 1 zu 1 Calls mit mir persönlich in der Beratung hast. 60, 90 Minuten. Das ist wirklich absolut genial. Nutze es für dich. Gehe durch. Starte für dich. Und wenn du sagst, ha, aber ich habe jetzt irgendwie gerade kein Geld. Ja, aber wenn du jetzt kein Geld hast, dann ist genau das die Realität, die du dir aktuell erschaffen hast. Und du kannst dir nur eine neue Realität erschaffen, wenn du neue Wahlen für dich triffst und wenn du einen neuen Weg gehst. Das heißt, du musst eine Wahl treffen. Ich nehme auch das Wort muss und nicht das Wort darf. Warum? Das Wort muss steht in der Folge einer Konsequenz. Wenn du A machst, wird B passieren. Und deswegen muss und nicht darf. Das sind eher so die Hobbypsychologen, die sagen, ja, das Wort muss darfst du nicht verwenden. Du musst eine Wahl für dich treffen, wenn du eine Veränderung willst. Das ist einfach die Konsequenz. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du auch ein ganz wundervolles, glücklicheres Leben für dich erschaffst. Und ich würde dich hier natürlich super gerne begleiten, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Also treff deine Wahl, schnapp dir, starte mit dem DSM, komm in den Erfolgsmacher, welche Version auch immer. Also Erfolgsmacher Selbstlernkurs, da machst du das alles für dich, wie es dir passt. Du kannst dir zeitlich frei einteilen. Oder du kommst in den Live, das heißt, du bist schon näher an mir dran. Du bekommst täglich einen klitzekleinen Impuls von mir, der dich auf die entsprechende Energieebene hebt. Du bekommst, ja, du bist dann live in meiner WhatsApp-Gruppe mit dabei, sodass du auch zwischendurch Fragen stellen kannst. Dass ich dich zwischendurch auch supporten kann im Kompakt Live mit Live-Zooms. Oder eben das Original mit zusätzlichen 1 zu 1 Calls. Meine Kunden sagen, das ist absolut pures Gold. Die Calls sind mir, weil sie einen so, so weiterbringen. Und in allen Erfolgsmachern ist natürlich drin, deine intensive Blockadenlösung mit Leichtigkeit. Ab Kompakt sind auch die Fernenergien drin. Das heißt, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich genügend Zeit dafür habe, alles was du brauchst, ist, einen Satz auszusprechen. Ich empfange die Fernenergie von Nadine. Und das ist alles, was du brauchst. Idealerweise legst du dich dann abends hin und empfängst es dann für 20 Minuten. Oder du empfängst es zu einem späteren Zeitpunkt. Das ist alles, was du tun musst. Liegen, nichts tun und dein Energiefeld quasi von mir richten und die Blockaden auflösen lassen. Und das ist echt nochmal super, super speziell. Warum? Weil ich diese Gabe habe, weil ich als Reiseleiterin der fünften Dimension dich fühlen kann, dich spüren kann, wo du stehst. Und wenn du sagst, ich brauche noch Workshops, ich will einfach alles, dann kommst du sofort ins Business Mentoring. Und da kriegst du einfach das ganze Paket von A bis Z. Alles, da ist einfach alles drin, was du brauchst, um richtig geil durchzustarten. Ihr Lieben, ich freue mich so sehr. Klick unten jetzt auf den Button. Such dir das raus, was für dich jetzt den nächsten Schritt geht. Und ich bin so gespannt auf dich. Ja, wir können auch gerne telefonieren, wenn du dir unsicher bist. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Klick auf den Button, geh deinen nächsten Schritt. Und wenigstens, wenn du nur diesen Button drückst, ja, aber dass du für dich ein Commitment hast. Ja, ich will neues Leben. Ich will Reichtum. Ich will Fülle. Ich will Freiheit. Ich will Liebe. Ich will einfach alles. Und ich will dir zeigen, wie das geht. Also, bis gleich.